der invalid im irrenhaus leipzig leipzig ärgerboden schmach für unbill schafftest du freiheit hieß es vorwärts vorwärts trankst mein rotes blut wozu freiheit rief ich vorwärts vorwärts was ein tor nicht alles glaubt und von schwerem säbel streiche ward gespalten mir das haupt und ich lag und abwärts wälzte unheilschwanger sich die schlacht über mich und über leichen sank die kalte finstre nacht aufgewacht zu grausen schmerzen brennt die wunde mehr und mehr und ich liege hier gebunden grimmge wächter um mich her schrei ich wütend noch nach freiheit nach dem bluterkauften glück peitscht der wächter mit der peitsche mich in schnöde ruh zurück leipzig leipzig ärgerboden schmach für unbill schafftest du freiheit hieß es vorwärts vorwärts trankst mein rotes blut wozu der invalide ist also ein kriegsversehrter aus der völkerschlacht bei leipzig in der napoleon besiegt wurde für die freiheit so hieß es kämpfe man in den sogenannten befreiungskriegen freiheit rief ich vorwärts vorwärts was ein tor nicht alles glaubt er fühlt sich betrogen denn man ließ ihn nicht für die freiheit kämpfen sondern für die wiederherstellung der alten ordnung und von schwerem säbel streiche ward gespalten mir das haupt die schwere kopfverletzung ist das eine aber gespalten in viele kleinstaaten unter möchtigern absolutistischen provinzfürsten blieb auch deutschland einig waren sich diese fürstentümer des deutschen bundes vor allem in der bekämpfung jeder freiheitlichen regung und ich lag und abwärts wälzte unheils schwanger sich die schlacht über mich und über leichen sank die kalte finstere nacht die schlacht ging vermeintlich siegreich aus aber nicht für die die sie schlugen sondern für die die sie in die schlacht schickten über deutschland senkte sich anschließend die kalte finstere nacht der restauration aufgewacht zu grausen schmerzen brennt die wunde mehr und mehr und ich liege hier gebunden grim gewächter um mich her die kopfverletzung soll ihn zum geisteskranken gemacht haben der im irrenhaus dahin vegetiert es ist wohl sein politischer scharfsinn der ihn aufweckte und aus der sicht der staatlichen ordnung zum irren machte schrei ich wütend noch nach freiheit nach dem bluterkauften glück peitscht der wächter mit der peitsche mich in schnöde ruhe zurück ganz deutschland ist ein irrenhaus seine bewohner die invaliden sein polizeistaat die grimmigen wächter es sollten tatsächlich noch hundert jahre vergehen bis in deutschland ein erstes mal echte volkssouveränität versucht wurde um diese dann im gesteigerten wahn an einen führer abzugeben Xu Speaker 2 Vielen Dank.